Hallo zusammen zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Wir werden jetzt mal hier woanders weitermachen. Und zwar werden wir uns jetzt hier einen dieser biotischen, äh nicht biotischen, biotischen Helden suchen, nämlich die Nyssaia und die um die Ecke bringen. Davon gibt es ja vier von diesen Helden. Mal gucken, wie die so drauf ist. Das! Hehehehe So, jetzt retten wir natürlich hier wieder schön außenrum, so wie es aussieht. So, jetzt rein. So, dann werden wir sie mal suchen. Mal kurz hier speichern. Damit wir nicht sonst wo dann landen. Das muss Neseas Hütte sein. Ich schätze, sie zieht die Ruhe des Waldes dem Leben in der Stadt vor. Okay. Okay. So. Der kann uns nicht mehr ärgern. Na, dann gucken wir mal. Oh. So. Wie viele Silke kommen denn da noch? So. 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 Rhythmisch, solange die hier rumgehen. Muss ich die jetzt einfach nur töten, oder muss ich die anquatschen? Ich fürchte, ich muss sie. Jetzt kommt doch einer so'n blöder Wolk. Schießt die mit Giftfeiern, du feige Sau. Oh, da sind ja noch mehr. Wo kommt die denn jetzt her? Wieso hatten die jetzt auf einmal Leute, die so zu tun gehen? Ne, hau ab! Nein, nein. Ich auf den Baum hoch. Oh, 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 oh! Ich bin jetzt mal fertig, mich zu verfolgen. Okay. So. Oh. Wo seid ihr jetzt? Da. Na gut! Ja. Ja. Oh, jetzt bin ich genau da als die andere Müsse, oder was? Deine Tests! Ich töte dich und deine Familie! Ich hab ja keiner mehr, großartig! Deine Zeit ist abgelaufen! So. Fein. Wo ist die jetzt hin? Oh! Jetzt trinkt bei der auch noch ein Bär rum. Was hast du hier zu suchen? Ich vermöde ihn mal noch die, ja? Die kommen übrigens so nix wieder zur Hilfe. Oh! 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 Was ich gerade noch gesehen habe, waren hier so eine nette Athena Vorräte. So, speichern. Dass sie uns nicht irgendwie in die Quere kommen, wenn wir jetzt doch desynchronisiert werden sollten. Sie wird jetzt natürlich wieder fit sein, denke ich mal. So, wie geht's das denn? Das ist das, was ich meinte. Das hat die uns... Das ist auch gemein, dass er so ein oller Bär um sie rumschleicht. Dann kommt sie hierher. Hm, der Bär läuft doch brav mit ihr mit. Ach der? Hör auf jetzt! Nein! 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 Jetzt wird der Tod hier wieder. Ohne Bär! Nein! Das war doch kurz vorm Ziel! Nein! Die ist viel zu stark, wenn die diesen doofen Bären um sich rum hat. Ohne Bären! Nein! 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 Na, der Bär kommt wieder hinterher. Nein! 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 Ah, das darf für seinen Untergang sein. Vielleicht natürlich nicht für so einen Vorteil mit dem Angriff, mit dem Ersten. Verdammt. Dann wollen wir mal. Ich schieße schon wieder mit Giftpfeil. Na los, erhol dich das einmal. Kann natürlich sein, dass jetzt wieder das nächste Tier bei ihr rumschleicht. Ich schieße schon wieder mit Giftpfeil. Ich schieße schon wieder mit Giftpfeil. Los. Die ist viel zu... Flink, die doofe Kunde. Ja, ja. Oh, shit. Ah! Hat die uns wieder mit dem Tritt... Was ist denn das für eine schwere Tonte? Die ist sehr schnell. Ja. molto Faust. Oh, oh! Mit wem redet sie denn da? Wiener! Helft mir, lasch mich! Okay, Leute, ich würde sagen, die Dame ist noch ein bisschen zu stark. Wir müssen noch ein bisschen trainieren. Das machen wir beim nächsten Mal. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.